ja aber vor ist ja schießt du tony das ist hinten das kommt aus deiner richtung ja aber ich gehe weg also so schießen irgendwelche okay das heißt wir haben die chance martin versteht das konzept nicht mit hinter dir vielleicht ne ich verstehe das konzept nicht mit warum laufen wir dann weg aber ja du musst du bist du bist du bist du bist du bist du bist du yo 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 ich brauche 300 der mit der waffe hier ja schon gleich das ist unwahrscheinlich okay vor ist glaube ich schon jemand den fall gerade vögel gehört die ziele zu so weit gut so weit gut 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 von da rein ich habe eine stelle ich hoffe mich wieder fürs team war einfach ihre attacke gecancelt das war richtig nice immer noch weiß eine kasse hier oben christoph willst du kasam ich hab's ja ja ich wollte sagen also du bist doch du bist doch hier der der reiche babo baut einer kürbisse ich höre was von hier ja 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 I have to reload I have to reload Da unten laufe Da, da rechts ist noch einer Oh, da sehe ich ja Oh, was? Ja, genau Ja, aber es sollten eigentlich easy zu holen sein Nicht auf die Kante gehen, lass die mir im Fahrstuhl hochfahren Ja Oh, damn it Schade Zwei Leute im Fahrstuhl Boys, boys, boys Hier vorne höre ich einen Hier liegen beide Waffen Hab einen Ja, hier liegen zwei, hier liegen zwei paar Waffen, große Das heißt, die sind hier alle tot Drei sind tot Ich habe zwei auf dem Fahrstuhl liegen Ja Und der andere wurde hier gelegt Ja Das war ganz schön dumm von denen, die an dem Fahrstuhl sind Ja, die haben gedacht Hier ist keiner mehr Nein, ich wollte die Jucht Wir sind doch unten, oder? Ja Das ist keiner in der Nähe Geil, guck mal wie die liegen Ich loote den auf halber Höhe, den ich getötet habe Das war creepy, creepy gepusht Den hier habe ich gelootet, den anderen nicht Okay Also der kann zweimal, der einmal Ja Müssen wir oben in Norden raus Also Eingeloot Von hier unten nicht Dann kannst du den hinteren looten Und den hinteren looten Jopsi Ob sie Irgendwo Heilung Ja Special Armour auch noch Und da und da So Ja, oben Norden, oder? Nord-Obs Die West Hier ist noch eine Brotbox Ja Hunter Direkt vor uns Ja Ja, da habe ich gesehen Einer ist hier Zwei sind da Einen hatte ich da hinten Komm jetzt, pass auf Martin Ja Einer da Einer ist tot Oh nein Hier ist natürlich Rittig überwohlen Sind jetzt beide hier auf 0 Hat Hit Hier hinter Boah, Pumpgun Ach, leck mich doch an den Füßen Immer eine Terminus Immer noch oben Ja, der Pass auf Alter Du, du willst das echt Strong, Junge Noch einer Hat Hit, Hat Hit Das war die Terminus Der war platt, oder? Full Flash Jetzt links Ey, was machst du? Da unten, ja Ich sehe ihn nicht Da, warte einfach Nice Okay, die 300 Damage sollten ja jetzt wo mal drin sein, ey Ich gehe den da hinten looten Und ihr könnt Einen Loot für mich da noch übrig lassen Aber ich glaube der Server ist dann down Weil die hatten ja schon einen Fight gehabt, die Boys Ich habe schon den ganz vorne gelootet Alles klar Tony Loot ist einfach beide hier hinten Ich habe nur da hinten bis jetzt eingelotet Ja, dann loote den doch hier vorne noch Jo, jo, jo Sehr schön Ich bin fast tot Was ist überhaupt für die? Genau Ich würde sagen Zurecht So